Heute sind wir jetzt hier zum Feiern und es ist ein schöner Moment. Das ist der WTT Young Leader Award. Wir holen es aus der Komfortzone, wir beantworten seine Fragen und wir arbeiten im Team. Das ist mal der Ball bei dir. Genau, der Gewinner vom WTT Young Leader Award. 2021 ist Team Gebäudenversicherung in St. Gallen. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, das ist wichtig. Das, was man macht, versuchen extrem gut zu machen. Voralltagen Reintal sagen wir nicht kitzeln. Wir werden mit den Namen gerufen. Der Gewinner zum ersten Platz geht dann zur RoseswisserG. Danke schön. Das war eine Gewinner. Cheers. Tschüss. Jawohl. Tschüss. Jawohl. Danke. Danke, dass Sie hier sind und bis nächstes Jahr. Danke. 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 Danke.